Benjamin Lanzinger, erstes Heimspiel, erster Sieg und gleich der Gamewinner von dir. Wie ist das Gefühl? Unglaublich. Vor Fans war wieder eine unglaubliche Stimmung in der Halle und das macht Spaß, wieder vor allein zu spielen. Ich freue mich auf die nächste Partie. Beschreib kurz, wie war dein Tor, das Entscheidende im Spiel? Ich habe einen super Pass vom Pro bekommen und habe eigentlich das halbleere Tor stehen gehabt und habe dann niedrig ins Eck eingeschossen. Die Linie funktioniert schon sehr gut mit Joel Broda und Renas Grasenbergs. Ich glaube, ihr habt es eigentlich schon richtig gefunden. Ja, wie du sagst, wir verstehen uns auch auf Eis sehr gut, wir reden viel und ich glaube, das hilft und das sieht man natürlich am Eis auch. Danke dir.